hallo grüßt euch sonntag ist neues video wir schauen uns heute an pharmakologie 3 wir haben uns ja schon ein bisschen mit der gesamtpharmakologie beschäftigt heute steigen wir wieder in ein anderes medikament ein dass wir auch im täglichen gebrauch immer wieder mit uns also mit dem wir immer wieder zu tun haben werden weil unsere patienten es regelmäßig verwenden aber auch weil wir es immer wieder irgendwo finden und leute sagen mensch ich nehme das oder auch manche leute ist dauerhaft als dauermedikation nehmen und somit zu dem fall kommt dass ein patient auch nie in der praxis sagen könnte wenn ich frage nehmen sie medikamente ja ich nehme das und das und dann muss ich mich natürlich damit auch wieder auskennen was gucken wir uns heute an nicht stereo ideale antirheumatikas also medikamente die gegen rheumatische problematiken helfen rheumatische erkrankungen hier im vordergrund stehend zum beispiel die rheumatoide arthritis also die geschichte die die gelenke befällt mittel und grundgelenke der hände ulna debitation diese ganzen geschichten und hier haben wir die wirkung im prinzip dass es zu einer hemmung der prosto prostaglandin synthese kommt dadurch wirken diese nsrs nicht steroide antirheumatikas das ist also die standard abkürzung die man dafür benutzt nssa schmerz lindernd entzündungshemmend und fieber senken sollte jetzt muss man natürlich wissen was sind prostaglandine prostaglandine sind sind gewebshormon das unser körper produziert das verschiedene mechanis man im körper auslöst wir finden das in verschiedenen strukturen zum beispiel ist es auch ganz stark im sperma des mannes zu finden aber auch in anderen gewebsstrukturen finden wir es immer wieder und es sorgt dafür dass an rezeptoren eben bestimmte effekte passieren und es überträgt eben schmerz entzündungen hat auch mit der blutgerinnung zu tun es gibt hier halt einfach viele verschiedene von diesen prostaglandinen und diese medikamente hemmen jetzt genau dass diese synthetisiert werden also dass diese hormone hergestellt werden wir hatten ein präparat ähnlich das war zum beispiel das markumar als vitamin k antagonist das dafür wird dass dann eben keine gerinnungsfaktoren mehr der 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 klasse 10 9 7 und 2 produziert werden und hier haben wir jetzt eben ein medikament das dazu das bewirkt dass diese prostaglandine nicht mehr synthetisiert werden und das kann man jetzt eben auch abstimmen die forschung ist da im prinzip also in der pharmazie ist man da sehr darauf verpicht eben dann rauszufinden wie genau wirken die welche mechanismen lösen die aus und wie kann ich jetzt hingehen diese synthetisierung oder synthese dieser prostaglandine zu hemmen eben über diese medikamente genau was zählen wir dazu aspirin das ist mit eines der bekanntesten medikamente ist eben eines dieser nsrs auch voltarin diclofenac als wirkstoff voltarin ist wie gesagt da gehört das r normal dazu muss ich aufpassen copyright und so weiter also das ist ein handelsname aspirin genauso auch hier gehört das r eigentlich hin das heißt also das ist ein name den ich so eigentlich nicht verwenden darf der wirkstoff hier drin ist das ass acetylsalicylsäure und hier ist es eben das diclofenac als wirkstoff der hier in diesen voltarin tabletten oder in der creme eben drin ist das sind wie gesagt handelsnamen das ist aber nichts anderes wie wenn man labello oder tempo sagen würde aber eins muss klar sein das sind nicht die wirkstoffe wirkstoff hierin ist einmal das acetylsalicyl und hier dieses diclofenac was ist jetzt das große problem an diesen medikamenten die haben halt einfach nebenwirkungen und diese nebenwirkungen sind nicht ohne und es ist aber trotzdem schwierig weil man nicht einfach hingehen kann und sagen kann ja dann nimmt es halt nicht mehr und das ist jetzt quasi so der zwiespalt in dem man kommt wenn es eben um diese nsrs geht dass man halt einerseits diese positive wirkung hat als medikament was eine coole sache ist andererseits allerdings aber natürlich auch die problematik der nebenwirkungen hat und die gucken uns jetzt mal an was bedeutet das das heißt wir haben gastrointestinale nebenwirkungen also nebenwirkungen im magen darm trakt und die ist den meisten auch bekannt nämlich die die schon mal solche diclofenac tabletten ich will jetzt nicht ständig voltaren sagen aber das ist das was man darunter versteht diese diclofenac tabletten nehmen mussten da gibt es dann so sachen wie da müssen sie noch einen magenschutz dazu nehmen und 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 das kennt man vielleicht alles denn die machen magenbeschwerden und das gerade besonders bei älteren patienten jetzt wieder überlegen wer kriegt standardmäßig dann dauermedikamentös eine voltaren diclofenac tablette ich krieg die mal wenn ich rückenbeschmerzen habe ich habe mal schmerzen in den knochen in der muskulatur weichteil rheumatismus muskulaturschmerz dann kriege ich so ein diclofenac als tablette davon kriege ich jetzt nicht gleich ein mordsmagengeschwür aber wenn ich jetzt eben eine rheumatische erkrankung habe die ich dauerhaft habe dann werde ich das medikament auch dauerhaft einnehmen müssen und das führt jetzt eben dazu dass ich jetzt auf lange sicht hin diese magenprobleme bekommen heißt also hier blutende magen darm ulceras das ist das was hier im prinzip dann auftreten kann wenn ich diese tabletten dauerhaft nehmen deswegen sollte man auch genau die packungsbeilage beachten und gucken vor dem essen nach dem essen zum essen dazu weil das oftmals mit dazu hilft dieses medikament eben nicht zu lange im magen verweilen zu lassen was dann eben noch mal diese schädlichkeit eben erhöhen würde gleichzeitig begünstigt es eben die glukocorticoid behandlung durch diese schmerzlinderung der nsa aus dass also muss man so rum jetzt verstehen also begünstigt durch gleichzeitige glukocorticoid behandlung und durch schmerzlinderung dass diese symptome sehr häufig erst spät bemerkt werden bedeutet der patient nimmt zu diesen nsa aus glukocorticoide also kortison präparate um das immunsystem zu dämpfen bei diesen rheumatischen problemen sehr häufig ja das problem oder ja immer autoimmunerkrankung das heißt ich habe eine überschießende immunreaktion jetzt bekommt der patient zu diesen nsa aus für die schmerzlinderung auch noch ein kortison zur immunsuppressivität und jetzt haben wir im prinzip das problem dass durch dieses schmerzlinderung die symptome unserer magen darm ulceras erst sehr spät bemerkt werden weil die schmerzlinderung halt eben die symptomatik abschwächt das macht eben genau diese problematik hier und jetzt haben wir jetzt dieses problem so wie ich schon angesprochen habe dass trotz dieser bestehenden magenschleimhaut veränderungen die weitere gabe bzw das absetzen die versteifung oder immobilisierung des patienten fördern würde also das ist so zu verstehen dass ich habe jetzt meinen rheumatischen patienten also meinen patienten mit seiner rheumatischen arthritis und jetzt hat er das problem die behandelbar oder die krankheit kann ich halt nur durch diese kombination dieser medikamente behandeln ja er wird dadurch wahrscheinlich über kurz oder lang dieses magen darm ulceras bekommen aber was soll ich jetzt machen ich kann das medikament absetzen dann wird aber das problem sich verbessern aber das rheumat die rheumatische erkrankung wird voranschreiten und der wird immer mehr versteifen der patient und wird immer immer schlechter sich mobilisieren können und sich bewegen können jetzt muss man halt abwägen was ist jetzt quasi das schlimmere wie heißt pest oder cholera bedeutet ich nehme entweder diese magen darm problematik in kauf dafür hat der patient aber die möglichkeit sich nach wie vor zu bewegen und seine gelenke zu bewegen und sich selbst zu versorgen hat aber halt dieses magen darm problem oder ich gehe halt hin und sage okay er bekommt dieses magen darm problem nicht aber dafür würde halt über kurz oder lang sich nicht mehr selbst versorgen können also ihr seht das ist dieser zwiespalt in dem man hier zu drin steckt wo man sich halt überlegen muss was tut man und meistens ist die entscheidung halt eben dass man sagt lieber bewegen und diese magen darm problematik die kriege ich irgendwie anders in griff dafür muss ich aber halt dann wahrscheinlich wieder ein anderes medikament zusätzlich dazu nehmen was das ganze nicht besser macht also braucht doch nicht glauben dass jeder schulmediziner da richtig bock drauf hat denn auch der steckt mit der pharma nicht unter einer decke der verdient da nichts dran dem ist das nicht so recht die einzigen die wirklich daran verdienen das macht mir die pharmaindustrie sein aber der schulmediziner hat auch nicht bock dann noch zwei andere medikamente drauf zu schreiben denn er hat erstens mal nichts davon und er weiß selber dass es das problem oftmals nicht besser macht sondern die wechselwirkungen das ganze problem meistens oder öfters sogar schlechter oder schlimmer macht also das ist so das ist das problem das wir hier haben einerseits geile wirksamkeit andererseits aber relativ hohe problematik bedingt durch diese reizung der magen darm geschichten gut weitere varianten die man sich hier überlegt wie könnte man quasi diese nebenwirkungen etwas reduzieren um die verträglichkeit besser zu machen eine notlösung sind eben zum beispiel so protonen pumpen hemmer unter antacidas mit magenschutz dann das ist ja genau das was man gemacht hat das heißt standardmäßig gab es zu diesen diclofenac tabletten eine eine jetzt fällt mir der name nicht ein pantoprazole dazu genau diesen protonen pumpen hemmer der dann den den schutz des magens einfach ein bisschen besser aufrechterhält und dann eben das ganze so ein bisschen besser macht aber man hat auch das geht man inzwischen auch ein bisschen weg davon wenn man auch festgestellt hat das ist nicht unbedingt die goldrandlösung dann ist die frage ob man das mit zäpfchen machen kann die magenschädliche wirkung hängt nicht von der darreichungsform ab das heißt also es geht nicht darum dass das magenschädlich ist weil ich es über den verdauungstrakt einnehmen und das tablettchen dann in meinen magen kommt sondern das liegt am wirkstoff der wirkstoff ist magenschädigend das heißt selbst wenn ich es also als zäpfchen verabreiche kann ich diese magenschädigung nicht verhindern die geht halt dann eben über die anderen strukturen auch wieder auf den magen einher und recht häufig sind dann eben auch noch hauterscheinungen zu bemerken kopfschmerzen schwindel selten gibt es zu ödemen nieren funktionsstörungen und eine erhöhung der leberenzyme aber auch das können nebenwirkungen von dieser nsr medikation sein wie gesagt bitte noch mal es geht hier nicht darum dass ich zweimal aspirin nehme und dann sofort magengeschwür kriege oder so es geht darum wenn ich das dauerhaft kontinuierlich über einen langen zeitraum ein alternativ dazu gibt es jetzt natürlich noch krankheitsmodifizierende antirheumatikas das heißt also das ist nicht die einzige lösung die es hier gibt es gibt alternativen dazu das sind verschiedene chemische nicht miteinander verwandte substanzen die hier verabreicht werden die eben krankheitsmodifizierend in diese krankheit der rheuma geschichte eingreifen die entzündungsaktivität eben zum beispiel langfristig mindern können ihr seht schon mindern können das heißt man muss gucken wirkt das medikament überhaupt bei dem patienten wirkt es nicht oder muss man doch wieder auf die klassische standard medikation zurückgreifen das ist nicht unbedingt eine lösung die für jeden patienten zu einem zum ziel führt was haben wir hier noch für vor und nachteile im gegensatz zu diesen nsrs müssen diese basis therapeutikas dann regelmäßig eingenommen werden bei diesen nsrs habe ich den vorteil ich kann die quasi immer zu den schüben nehmen und bin dann quasi nur belastet wenn ich einen schub habe bin ich symptomfrei kann ich die auch absetzen das ist bei den medikamenten nicht möglich das heißt hier muss ich auch in den symptomfreien intervallen dieses medikament einnehmen man sagt das eben irgendwo steht es ja ja genau in guten wie an schlechten tagen das heißt hier habe ich einen viel höheren medikamentenbelastung insgesamt für den patienten im vergleich zu diesen nsrs weil bei den nsrs nämlich die nur im prinzip bei bedarf die wirkmechanismen sind eben sehr unterschiedlich da gibt es verschiedene ich kann die heute nicht alle also wir können die grundsätzlich nicht alle beleuchten ihr seht ihr auch das ist nicht die standardtherapie das heißt für euch nur nice to know dass nicht jeder der rheuma hat auch diese nsrs bekommt sondern es eben alternativen dazu gibt und das kriegt ihr dann eben mit in die dann eben sagen ja ich muss das aber jeden tag nehmen zum beispiel oder so dann ist das schon okay dann ist es eben keines von diesen nsrs sie nehmen auf das immunsystem einen hemmenden einfluss eben genauso wie ein kortison und oder unterdrücken dann eben dadurch diese entzündungsreaktionen sind im prinzip ähnliche wirkmechanismen wie bei einer glukocorticoid behandlung bei einem teil dieser basis therapeutikas handelt sich dann eben um gentechnisch hergestellte antikörper gegen diese entzündungsmoleküle das jetzt natürlich auch wieder so eine sache da kann man sich schon überlegen diese medikamente werden nicht sehr günstig sein das heißt da ist dann auch wieder die frage was kostet mich der ganze spaß und es sind halt gentechnisch veränderte antikörper also sprich immun globuline die jetzt gegen diese entzündungsmoleküle aktiv werden das heißt also quasi die inaktivieren und somit die optionierung die markierung dieser dieser stoffe eben reduzieren und dadurch die entzündung eben in sich als entzündung selbst bekämpfen die haben meistens dann auch heftige nebenwirkungen das heißt also da ist dann die frage ist es jetzt wirklich so toll dass ich dann eine basis oder eine alternativtherapie zu meinen nsrs habe denn bei den nsrs habe ich halt einen riesen vorteil ja sie sind nebenwirkungsbehaftet ja wir haben das mit der magen darm problematik aber das ist bekannt das heißt hier kann ich dagegen vorgehen hier sind die nebenwirkungen oft erheblich heftiger und es ist die frage welche treten denn auf das heißt da bin ich mir nicht so sicher welche symptome oder nebenwirkungen diese medikamente erwirken die teilweise auch sehr langsam einsetzende wirkung ist sie auch dann oftmals noch ein problem das heißt also ich brauche eine lange anfahrphase bis es überhaupt zu einer wirksamkeit kommt und dann wie was vorhin schon hatten auf der folie davor muss ich sie kontinuierlich einnehmen was natürlich auch eine hohe compliance des patienten erfordert das heißt auch der und wir wissen ja selber rheuma eher eine krankheit des älteren menschen er muss noch in der lage sein auch wirklich dafür zu sorgen dass er regelmäßig und kontinuierlich die medikamente einnimmt um dann auch die wirksamkeit zu gewährleisten die effektivität kann ich dann auch erst nach sechs monaten ungefähr bewerten das heißt also der patient muss diese anti krankheitsmodifizierenden antirheumatikas eben über ein halbes jahr einnehmen um dann überhaupt erst mal sagen zu können ja wir haben den erfolg ist es kein schub mehr aufgetreten die symptome bleiben es ist alles auf einem level geblieben oder es heißt doch noch mal zu schüben gekommen oder nicht und ich muss dann meine therapie in der form in irgendeiner weise verändern ihr seht also so wie es ja bei der krankheit grundsätzlich schon ist rheuma ist eine erkrankung die wünscht man keinem das ist eine autoimmunerkrankung die sowieso schwierig zu behandeln ist es gibt diese nsrs die eben entsprechend hier positive wirkung auf diese krankheit ausüben die allerdings mit nebenwirkungen behaftet sind wie was schon hatten hier dieses abwägen zwischen irgendwann immobilisation des patienten bedingt durch die erkrankung und diese ulceras die entstehen in der magen-darm-region durch die medikamente das muss abgewogen werden entscheiden darf und kann das am ende erst final euer patient denn der muss mit den symptomen klarkommen und somit ist es für euch also ich fände es immer anmaßend wenn ich den patienten sagt mit welchem problem er jetzt leben muss das würdet ihr wahrscheinlich auch nicht wollen sondern das muss wirklich am ende final der patient entscheiden und ich habe es in der hinsicht einfach zu akzeptieren weil das seine entscheidung ist und er muss damit klarkommen gleiches gilt dann bei diesen krankheitsmodifizierenden antirheumatikas es sind alternativen die aber nicht unbedingt besser sind für manche patienten besser für manche eben nicht besser sie brauchen relativ hohe compliance des patienten durch diese kontinuierliche einnahme und ich habe eine relativ lange zeit bevor ich überhaupt erst mal feststellen kann sind sie überhaupt für mich wirksam und passend oder habe ich damit eher weniger erfolg okay das war heute alles sehr pharmazeutisch klar wir sind in der pharmakologie es wird auch noch weitergehen wir gucken uns noch zwei drei andere präparate an aber ich denke für das soll es erst mal heute gewesen sein medikamente die sehr weit verbreitet sind ass als acetylsalicylsäure diculfenac das sind somit die hauptbestandteile oder hauptwerkstoffe die man hier kennen sollte um damit umgehen zu können ich bedanke mich bei euch wünsche noch einen schönen sonntag und bis zum nächsten mal ciao